So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke eine neue Folge Pokémon GO, denn das erste Event für den März und damit auch für die neue Season wurde angekündigt. Es müsste ja sowieso jetzt dann die Tage der März-Kalender rauskommen, dass ihr alles für den März wisst, plus generell Infos dann zur neuen Season, die wieder drei Monate geht. Ich wollte heute gar kein neues Video machen, weil ich meine Ausbeute von der Zino Go Tour in Gera vom Wochenende präsentieren wollte. Das Video ging 15 Uhr online, aber ich weiß ja, wenn der März-Kalender kommt, aber wir auch wieder Raid am Mittwoch haben, wenn dann wieder der Raid-Boss-Wechsel ist, aber gleichzeitig auch wieder die Season angekündigt. Es wird wieder alles auf einmal kommen, deswegen muss ich jetzt halt heute dieses zweite Info-Video auch noch schnell raushauen, dass ich irgendwie zu meinem gewohnten Ablauf zurückkehren kann. Event zur Veröffentlichung von Pokémon Horizonte, die Serie. Es gab ja letztens eine Netflix-Serie auch mit Pokémon Kondisage irgendwas. Habt ihr die geguckt? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab mich drauf gefreut. Ich hab dann geguckt, da waren das nur vier Folgen oder so, dann war das aus. Und ich hab gedacht, hä? Hä? Hab ich einfach nur gedacht. Was ging's da jetzt überhaupt? Oder was war da jetzt der Sinn? Und warum nur vier? Kommt da noch was? Ist das erstmal ein Test? Es sah schön aus, aber an sich hätte man sich die vier Folgen auch sparen können, hab ich dann gedacht. So, hier kommt jetzt auf jeden Fall ein super geniales Event. Vielleicht. Muss ich mir angucken. Ihr könnt Pokémon Horizonte, die Serie, jetzt auf Togo anschauen. Kenne ich mich nicht aus. Ist bestimmt wieder App, Streaming, Internet, irgendwas. Was mir bei dem Artikel hier aber auffällt sofort ist, wo sind denn die ganzen Bilder hin? Sonst hast du gesehen, wilde Pokémon, alles wurde mit Bild angezeigt. Feldforschungen, Raidkämpfe, überall waren Bilder da und das sah richtig toll aus. Und jetzt ist das einfach nur schwarz auf weiß und das war's. Also entweder wird wieder gespart oder es ist einfach noch nicht da. Und es wird dann irgendwann noch anders aussehen und besser werden. Das Event ist auf jeden Fall vom Dienstag, den 5. März an, 10 Uhr, bis zum 11. März, 20 Uhr. Also 5. bis 11. März, das Pokémon Horizonte, die Serie, Event. Pokémon-Debüts, stehen gleich drei Sachen da. Auch die folgenden Pokémon aus der Paldea-Region sind in Feierlaune und geben ihr Pokémon-Go-Debüt. wie Knarbon, Grimanzo, Azugladis. Außerdem erscheint ein neues, kostümiertes Pokémon beim Event. Pikachu mit Kapitänsmütze. Sieht man hier auch im Bild rechts, neben unserem Ur-Dialga-Maskottchen. Was mich jetzt schon wieder stört, gerade weil da jetzt nur die Namen da stehen, habe ich wieder absolut keinen Plan, was es für ein Pokémon ist und wie das aussieht. Ähm, ja, ich war zwar in der Paldea-Region unterwegs, aber das ist schon ein bisschen her und das ist eigentlich, mein Kopf ist einfach voll. Wäre natürlich schöner mit, ähm, wäre natürlich schöner mit, äh, Bildern. Da ist ein Zeichen dran, so ein Gänsefüßchen, aber nur eins. Ihr könnt Knarbon entwickeln, indem ihr gegen andere Pokémon kämpft, während es euer Kumpel ist, besiegt 30 Psycho-Pokémon, um es zu Grimanzo, äh, zu entwickeln. Oder 30 Geist-Pokémon, um es zu, Azugladis zu entwickeln. Es ist nicht nötig, diese Pokémon mit Knarbon zu besiegen. Also, das Ding, was hier links ist und die zwei Entwicklungen, und das gehört alles zusammen. Aha, weiß ich ja jetzt Bescheid. Okay, das haben wir letztens schon mal gehabt, so eine Aufgabe auch, wo man gesagt hat, ja, macht halt einfach gegen einen anderen Trainer, gegen einen Freund, der neben euch sitzt und sagt einfach, nehm mal hier Psycho-Pokémon, dann lass mich dich 200.000 Mal besiegen und dann kann ich mein Pokémon entwickeln. Also, das ist eigentlich nicht so schwer oder kämpft halt gegen, äh, in Arena zählt das auch, in Raids zählt das auch. Das zählt auch gegen die Teamleiter. Pokémon-Eier. Das folgende Pokémon schlüpft als 2, 5 und 10 Kilometer-Ei. Neben Knarbon können auch die in dieser Jahreszeit üblichen Pokémon aus Eiern schlüpfen, aber die kennen wir ja noch gar nicht. Also Knarbon, dann aus 2, 5 und 10 Kilometer-Eiern, klingt wie Ignivore damals. Event Boni, Team-Go-Rocket-Ballons erscheinen häufiger. Es gibt doppelte Schlüpf. EP, die wollen euch wieder mal die Brutmaschinen abziehen. Überraschende Begegnungen, Schieß. Während ihr, wenn ihr während des Events einen Schnappschuss macht, begegnet ihr möglicherweise den Charakteren und Pokémon aus Pokémon-Horizonte, die Serie, exklusive Attacke, Pikachu mit Kapitänsmütze, beherrscht die Lada-Attacke, wollt Taggle, wenn ihr das während des Events fangt. So ein Trainerkämpfer, Arena-Kämpfer, aber nützlich ist das bestimmt auch nicht. Wilde Pokémon, wir haben Sichlor, Nasgnet, Filori, Krokel, Quax, Parmo, mit etwas Glück auch Pikachu mit Kapitänsmütze, also wild, auch als Shiny möglich, Alola, Slimer und Tarnel. Sichlor ist ganz cool, wegen Mega-Scherox, Nasgnet ist... Ah, das ist nicht auch eine Voluminas? Mega-Volumina? Hat das nicht auch eine Mega-Entwicklung? Filori, Krokel, Quax, die drei Starter, okay. Kriegen ja eh einen Sea-Day. Parmo war ganz cool, aber ist jetzt auch nicht so nützlich, glaube ich. Tarnel müsste eigentlich das Highlight sein, von den hier gelisteten Pokémon, oder für die Shiny-Jäger eben auch Pikachu mit der Mütze. Also ich würde auf Tarnel-Jagd gehen an eurer Stelle, mir ein gutes Sichlor vielleicht nochmal mitnehmen. Raid-Kämpfe Stufe 1, Pikachu ist auch in den Raids, Puffels ist wieder in den Raids, Rihorn ist in den Raids, eigentlich auch starkes Pokémon. Raids ist Stufe 3, Charnera, Nocto, Metagross. Könnt ihr euch vielleicht ein gutes Exemplar direkt aus dem Raid sichern, und mit den wilden Tarnels dann ein bisschen pushen. Hat aber sicherlich nicht Sternenhieb, das wäre aber nützlich. Metagross mit Sternenhieb. Pokémon bei Feldforschungen. Pikachu mit Kapitänsmütze, auch hier. In Toron, Panzer, Eron, Wuffels, Feloricro, Gequax. Brauche ich eigentlich nichts. Es gibt wieder Showcases mit diversen Event-Pokémon. Mal gucken. Bei dem Sino-Event war es ja, dass jeden Tag ein anderer Showcase war, aber immer mit einem Pokémon aus einem Ei. Und ich hatte meistens gar keins, und konnte gar keinen Showcase machen. Oder dadurch, dass es immer erst von 10 bis 20 Uhr war, und dann schon direkt vorbei, und nicht mehrere Tage lief, habe ich die meisten eben verpasst. Also, erst mal cool, dass es was Neues gibt. Die Shiny-Jäger freuen sich auf Pikachu. Die generellen Pokémon-Jäger freuen sich auf das neue Pokémon. Es sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Erinnert mich ein bisschen auch an Mega Man. Ich freue mich aber eigentlich nur über Tarnel. So. Der Habanero-Account, der Free-to-Play-Account, freuen sich über Tarnel. Tarnel-Bonbons da vielleicht ein bisschen was zu machen, weil da ist es auf jeden Fall stark, nützlich, krass, und hat ja eben auch eine Mega-Entwicklung. Ansonsten war es das mit den Infos zum Event. Und, wie findet ihr das Event? Was sind eure Ziele? Auf was freut ihr euch? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses.